Hallo, 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 der Emiro hier mit Let's Play Your Level. Die letzten Hacks waren scheiße, deswegen bin ich ein wenig angepisst und Ultimos XXVII, also der 27. Ähm, scheiße im Sinne von, ich werde sie nicht zeigen, weil sie nicht funktioniert haben. Legen wir mal los, wir haben hier ein neues Level. Mario hatte sich auf eine einsame Insel zurückgezogen, doch die Gemeinschaft der Bullet Builds war ihm schon gefolgt. Diese Schweine. Gut, wir legen los. Legen los, legen los, legen los. Ähm, ganz simple Overworld. Ein ruhiger Anfang. Wow, okay. Oh, 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 easy, Partner. Ganz easy hier, alles, alles ruhig. Alles total locker. Hallo, Emiro, der Anfang gut überstanden. XD, dies ist mein erster Hack, den ich erstellt habe. Ich hoffe, dir gefällt das Level. Ich hoffe es auch. Bums. Sehr schön. Tick, 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 tick. Mir wurde übrigens in der Mail geschrieben, dass das Ganze ein Kaizo-Level sein soll. Deswegen bin ich mal gespannt, was da noch auf mich, what the fuck is going on, auf mich zukommen soll. Unsichtbare Bullet Bill Launcher. Sowas ist uncool übrigens. Sowas ist halt wirklich die Marke uncool von wegen, nein, 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 geht gar nicht. Das ist böse, das ist pfui, das ist eklig, das macht man nicht. Das ist selbst in Kaizo, finde ich, absolut. Wow. Okay, da war eine Röhre. Da ist eine Röhre. Röhre. Wupp. Oh, cool. Oh, cool, sowas mache ich gerne. Ranken. Ranken. Monde. Springen. Wow. Oh. Oh. Oh, oh, oh. Okay, das war das Gebiet. Sowas sehe ich in einem Kaizo-Hack eher selten und was habe ich jetzt verpasst? Ich habe doch jetzt bestimmt irgendwas Wichtiges verpasst. Das wäre, das wäre Kaizo. Kaizo würde jetzt sagen, nope, du nimmst den geheimen Weg und skippst was, dafür kannst du das Level nicht beenden, weil dir der P-Switch fehlt, der hinter der überschweren Passage war. Egal. Hier, gerade total egal, das ist das Ende. Gut vorangekommen, hier ist das Ziel, hast du auch den Mond gefunden. Das war kurz. Das war sehr kurz. Das war's. Muss ich leider sagen, ich kann dem Hack nicht mehr als einen Punkt geben. Dafür, dass es ein Kaizo-Hack sein sollte, war es ziemlich, ziemlich, ziemlich easy. Und ich würde sagen, wir hängen mal noch einen dran. Chaos-Zocker-LP. Wo ist er? Da. Ups. Schauen wir mal rein. Super World erster Hack bei Chaos-Zocker-LP. Okay. Willkommen, herzlich willkommen zu meinem ersten Super Mario Hack. Es ist nur ein Level für dich, Emero. Have fun. Für alle anderen sind es wahrscheinlich dann ganz Welten, aber hey, was soll's. Wir schauen erstmal trotzdem rechts rein, man kennt das, da ist nix. Wir gehen nach Level für Emero. Und ich sehe Zementblöcke. Man kann den Boden eines Levels so schön ausfüllen. Warum nimmt man Zementblöcke? Das ist aber nicht schön. Grafisch. Und ich sollte wohl so über den Bansai-Bild drüber springen. Das habe ich dann leider verkackt. Sorry. Mittelpunkt. Was war denn da? Warum hat die Musik... Warum... Warum hat die Musik da neu gestartet? Mond? Das verstehe ich gerade. Wir wollen noch mehr leben und das war es hier. Hier. Ähm... Das Level machen wir noch mal. Ah. Okay. Das geht. Das Level machen wir jetzt. Das war blöd. Okay, von da kann ich aber... Das muss doch irgendwie hinhauen. Ist egal, passt. Ja, passt sogar, gut. Hey. Und jetzt mal ernsthaft, warum? Startet? Jetzt bin ich hartnäckig. Jetzt bin ich das Level echt Speedrun. Ne, egal. Lassen wir das. Äh, das ist wahnsinnig kurz. Und auch nicht gerade spektakulär. Das ist wieder nur ein Punkt. Das tut mir leid. Ähm. Lassen wir das mal so stehen. Es ist zwar schön, dass mir jeder seinen ersten Hack schicken will, aber... Es ist halt oftmals nicht gerade das Schönste. Ich hoffe mal, ich finde demnächst in meinem Mail-Account wieder etwas Hochwertigeres. So böse das jetzt klingt, es ist halt... Klar, der erste Hack ist nicht gerade schön bei vielen, aber... Hätte mir auch nebenher ein bisschen was anderes gewünscht, um ehrlich zu sein. Vielleicht kommt es noch. Wer weiß, wer weiß. Ich würde aber sagen, wir lassen es für heute so stehen. Ich bin die Mero, das war's. Man sieht sich beim nächsten Mal. Bis dahin und tschö tschö. Bis dahin und tschö tschö.